Hallo Leute! Willkommen zurück zu Tourist. Ich hab's geschafft. Ich hab einfach nochmal ein bisschen hingespielt. Und ja, reden auch wieder mit dem. Ich dachte, ich... Ja, 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 schön. Ich bin da. Wenn... Sie... Jetzt drauf. Nein, drauf, drauf, drauf. Es gibt Gas, es gibt Gas. Geht doch drauf! ... ... ... ... ... ... ... ... Reise zum nächsten? Wo? Ne, es gibt nichts zu tun, halt die Füße. Lass mich nicht auf die Zeit. Lass mich nicht auf die Zeit. Was ist das denn für einer? Speichere ich gleich mal ab? Ich speichere ich gleich mal ab. Ah ne, aber ich muss den zurück reiten. Ja, Entschuldigung Junge, ich kann mich jetzt nicht kaputt machen. Ah, wir liegen gut in der Zeit, hoffe ich doch mal. Ja, chill, mach kein Mist. Ist doch ich gleich Mist mit dir. Es gibt immer was zu tun. Ne, gibt's nicht. Ja, ich hab dich aufl 토�aciert. Okay, die sind so gut. Ja... Ja... Ja.. Ja... 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 Nein! Geht's aber hin. So, nächster Versuch, das schaffen wir jetzt. Jetzt brauche ich auch nicht 50 Sekunden, um auf ein Pferd aufzusteigen. Und um auf die Karte zu gucken. Oh, Pferde ist auf Rot. Oh Gott. Jibjaaas. Boah Leute, ich muss gerade die ganze Zeit links auf den Bildschirm gucken, weil ich das Ding einfach die ganze Zeit voll haben will, weil es sonst zu lahmarschig ist. Los. Boah, ey. Was mach. Ist vielleicht nützlich. Geht's ab, zurück. Wie vorhin schon gesagt, ich diese Wut in der Zeit. Ja, aber das muss jetzt reichen. Ich hab gesessen. Nervig. Du hast keine Freunde. Du kannst entlasten. Komm, häng dich fest. Ah, locker. Entspurt. Zieh, Junge. Und wir den aufdauen. Chanala. ோ Was soll das? Willst du aufgeben? Ich hab dich besiegt. Du hast es herausgefordert. Es war ein Fehler von mir, mich darauf einzulassen. Ich darf nicht zulassen, dass mein Dorf von einem wie dir zugrunde gerichtet wird. Lieber sterbe ich. Ich hab nicht vor, mit dir zu kämpfen, Altan. Es wird dir nichts anderes übrig bleiben. Ich werde dich nicht töten. Eine andere Lösung gibt es nicht. Doch, du nimmst den Handel mit Alimas Dorf wieder auf. Tu es und es soll nicht dein Schaden sein. Solange du dich an diese Abmachung hältst, bleibst du Dorfvorsteher. Aber so viel haben wir wirklich nicht. Wir müssen sparsam mit den Vorräten umgehen. Wenn wir in der nächsten Saison noch weniger ernten, verhungern auch wir. Wenn wir mehr frisches Wasser hätten, würde unsere Ernte größer ausfallen. Aber so... So sprichst du schon eher wie ein Dorfvorsteher. Wenn es mir Quellen für Frischwasser gibt, werde ich sie für euch finden. Aber das wäre... großartig! Die Bedingung ist, dass ihr den Handel mit Bajan wieder aufnehmt. Haben wir eine Abmachung? Ja, das Wasser war schon immer unser größtes Problem. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass du eine Lösung findest, aber ich lasse mich gerne überraschen. Du wirst schon sehen. Warte, ich werde eins der Tore zu unserem Dorf öffnen. Aber die Leute hier sind Fremden gegenüber nicht sehr aufgeschlossen. Also wundere dich nicht. Hier ist ein Gottverdammte Meer. Oh, guck mal, die will schon mit mir handeln. Die hat doch schon so ein Tanto für mich. Was ist das denn? Edelwurz, das hat nicht gelesen, Mann. Jetzt geht er hoch. Ah, fail. Hier ist alles voller Wasser und Tersebuch. Was sieht geil aus? Das ist richtig geil. So, jetzt kommen wir nicht mehr rein. Doch. Okay, dann suchen wir mal die Magiergelder auf. Die müsste doch hier eigentlich irgendwo sein, oder? Oder war die oben in der anderen Stadt? Überhaupt, das nennt der Stadt. Das ist ja gar nichts. Was ist hier für einer? Dein Name? Hallo? Was ist hier für sie? Gar nichts. Okay, dann verkaufen wir mal alles. Lechte Ausflugssuchtung. Rüstung. Bäh. Schadenskristall. Da muss ich mal gucken. Stein, das brauche ich alle noch. Also, das macht 10 12 Verkauf mich ja wohl die ID, ne? So, dann Das ziehe ich jetzt an. Schmieden. So, Problem gelöst. Muss ich hier aber dreihentun, was ich aber nicht hab. Dann kann ich noch schmieden. Schmieden. Ach, mehr hat man eh nicht. Ja, gut. Ähm, dann Ich mach mal ganz kurz auf die Karte. Insekten, Dürre. Okay, dazu sind wohl die ganzen Behändler-Gilde, Krieger-Gilde, Magier-Gilde. Okay, das sind wohl die ganzen Quests, die ich gemacht hab. Dann wollen wir mal gucken, ob die sind in den Häusern so drinnen abgeht. Fertig. Schauen wir mal. Ein neues Amu. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Tututututum. Pfaaat. Ja, egal. Das kaufe ich jetzt. Die Brüe jetzt nicht nur mal. Ich meine schon aufgewertete. Obwohl ich könnte ja die jetzt kaputt machen, dann wieder aufwärten. Immer so wieder schwer kann ich auch kaputt machen. Noch mehr Häuser zum Ausrauben. Geht's nach da oben hin? Wieder ein Hals im Frosch. Geht gar nicht. Wie geht's denn jetzt hier rein? Hallo! Oh, ganz zeitlich drüber guckst. Er hält auch nicht mit mir. Er auch nicht. Sie? Nein? Ja. Sowas, ne? Hey, ich hab genau gesehen, was du da machst. Ja, aber das tut mir jetzt aber so leid, so weißt du. Dann geh ich das hier so machen. Ah! Cool. Cool. Ah, Nekromanti klasse. Das hab ich ja noch so gar nicht so. Aber ich hab ja so einen Skillpunkt. Das fällt mir grad ein. So hab ich hier so einen Skillpunkt. Und zwar... war... So viel. Und hier muss irgendwo ein Nekromant gedöhnt. Da. Pfff, stink ich total. Das ist aber auf jeden Fall so ein Zauberbuch. Weil das sonst... Ja, nicht geht. Und zwar haben wir ja nicht so einen gedachte Ordnung. Ähm... Ah, was ist das? Oh, oh. Page. Page. So, fertig. Jetzt haben wir noch hier. Modus Gegengift. Hier. Genau. Da wollte ich ja jetzt... Ein Leder. Da boh ich jetzt mal auf. Reisestiefel. Leiderstiefel. Da wohin. Wie soll couponen credits of ne neигрals Todes Metallurgy. Oder ausальных Ahmetallurgy Genau... Metallurgy... Nehmen wir mal den, machen den kaputt und schmieden den. Ah, der hat schon einen Südenstärke plus 1. Ja, das ist doch nice. Das haben wir auch noch. Das hier kann man es erleben und dann kann man erst unsere Rüstung hier schmieden. Jopp. Unsere Hose auch. Dann schmieden wir den. Ach, das ist doch unnötig, das schmieden und den Ding. Da ich das eh nicht benutze, aber der ist nice. Der ist wirklich nice. Nitze, nitze, nitze. Das kannst du jetzt mal so abhauen. Das gehört doch gar nicht. Doch, gleich schon. Mein Gott, alte Pfanne. Äh, ich meine alte, alte, alte Dame. So, das war's doch schon wieder von dem Part. Und danke fürs Zuschauen. Euer Stefan. Tschüss.